Auf Battle Epic Nis Haha, er hat Nis gesagt Ähm Worauf reimt sich Nis? Hm Auf Knis So So, 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 wie sogar immer so Ich habe eine So-Krankheit, so Aber wie denn jetzt Eisen Ah, Eisenspitzhacke habe ich ja hier Das heißt, wir können das endlich hier Ausbauen Und Und gleich Öfen bauen, weil wir Cleanstone brauchen Leider Leider ist es wahr Wir brauchen Cleanstone Nein, er hat die Kohle vergessen Um den Cleanstone zu backen Ich hasse mich Oh Gott, wie kann ich denn jetzt die Kohle vergessen Ah Brauche ich halt nicht ab Wenn hier schon welche ist, das war es schon War ich schon Ja, tatsächlich Das muss eigentlich alles einmal weg Da muss ein überall immer so ein Cleanstone hin So alles clean werden Aber das ist gar nicht so leicht Weil hier Kies ist Und Kies abbauen ist immer ein bisschen So eine Art für sich, ne Wo muss ich hin? Wo will ich hin? Ich weiß nicht Ich bin ein Mann in einem fremden Ort Nein, ähm Ich möchte gerne hier fucking setzen Was überlege ich gerade? Ich weiß es nicht So Auf jeden Fall kommt hier dann so die Homey-Checker-Ecke Mit Öfen hin Da kommt meine Ofen-Ecke hin Ne? Äh Ofen-Ecke Da drüber mache ich auch noch Öfen hin Nein, nicht öffnen Ja Dann haben wir ein paar Öfen Ich brauche schon mal Pflastersteine da rein Vier habe ich noch Also meine noch vier weiter Das ist unsere Ofen-Ecke Oh manche Ja, ich nehme auf So So, ich glaube so sieht das besser aus Hm Du meinst da so eine Art Stützpfeiler Und da kommt dann eine Fackel ran Ich glaube da oben sollte auch Holz rein Also das ist hier so eine Art kleine Handwerks-Ecke So Hm Da hinter auch, glaube ich Das sieht dann besser aus Dann weiß man da ist der Ofen-Bereich Weiß man dann, ne? Das ist mein Ziel Wenn man das weiß So 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 Soll ich den Boden hier auch aus Holz machen Und die Decke in dem Bereich? Ich glaube nicht Nur Boden, glaube ich In diesem kleinen Bereich hier Das würde, glaube ich, besser aussehen, klar Ab hier so Bis da und dann ist dann Schluss Natürlich unter dem Dings auch Da Oh Aga, aga Uh, 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 uh Aga, aga Uh, 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 uh Lalalalalala Lalalalalala du das muss weg und das muss hin das ist dann meine kleine ofen ecke dann bist du bescheuert und stellt dann nicht hin kommt ihr überall so hier überall sonst wohnten hier nur ein bisschen glas das ist irgendwie schade ich bin dafür dass bis dahin glas kommt das sieht irgendwie eindeutig dann cooler aus bis dorthin das heißt wir bauen das noch weg damit ich hier freie sicht habe und ich auf steine gucken muss ja weg weg los weg mit euch wir wollen euch steine hier nicht haben so eine freie sicht fällt und dann ist es schön glas oder sie das doof aus wie noch mehr noch mehr vielleicht ich weiß es nicht ich würde sagen dass wir das hier mit abbauen noch mehr runter oh gott ich gehe aber tief ah das geht aber tief runter so das reicht so obwohl das hier kann auch gleich weg ich komme nicht mehr hoch und heißt what the fuck du Hure weg 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 ist er weg ist er weg ist er explodiert hallo supermann egal ich will den bambus egal ob tot oder sterben der bambus ist wichtiger wir müssen nach hause kommen denn die team möchte telefonieren ich kann nicht mehr sprinten das liegt daran dass wir kein mann vorgenommen haben lülülülülülülülülülülülülülülülülülülül Lado Nado 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 das sind die Namen der Zombies sie heißen Nado Nado ist Nader ein anerkannter Nado Nado was geht Viele Zombies sind nicht hier. Heute bei mich, der Mock hält sich durch die Wildnis Richtung Hauben. Die Zombie-Apokalypse. Ist immer ein cooler Name, oder? Ich habe eine Idee für einen tollen Film. Es geht auch so um zwei Typen. Die finden einen Ring. Und zwei vor einem. Und der muss nur einen Ring sein zu vernichten. Und den muss er dann vernichten. Und dann ist da so ein Gollum. Scheiße, jetzt habe ich schon alles verraten. Oh, ich glaube das gibt es schon irgendwo, ne? Leuchtturm, na was geht? Wir wollten ein bisschen Coole holen. Spinny, ich habe mich verfolgt. Alles meine Stalker hier. Geh mal hier oben. Rauscht aus meinem Hühnchenbecken. Ich glaube ich spinns. Geh mal alle weg hier. Mein Hühnchenbecken. Na, meine Eier. Na Hühnchen, ihr seid wieder sicher. Alter, ist ja noch einer. Wollt ihr mich verkacken? So. Jetzt habe ich mir hinten zugeschmissen. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Und mache jetzt erstmal Tag. Das ist mir zu doof. So, ist es jetzt Tag? Nein? Jetzt? Yo! Oh! Kohle. Haben wir nur ein bisschen. Die machen wir mal mit. Oh. Ähm. Eine Workbench. Da brennt mal. Hallo. Ich brauche noch. Wo ist denn jetzt mein Glas? Ah, so baut man das. Ich denke mal 32 Scheiben sollten reichen. Mr. Bubbles. Nein! Okay, weiter. Äh. My Face. Oh, oh, oh. My Face. My Face. Yo, yo. My, 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 my Space. Nein, was? Nein. Nicht My Space. My Face. F. A. Ähm. Äh. S. E. Na? Fält. Fratzenbuch. Kennt ihr das? Fratzenbuch? Da bin ich auch. Na, Spaß. Oh, da ist ja ne Kupenaufer. Wie cool das aussieht. Na, Spaß. So. Hallo. Oh nein. Fröhliche Musik. Haha. Ich hasse fröhliche Musik. So, du kommst weg. Oh, was muss man tun da draußen? Und. Schlup. Schlup. Böse. Jetzt haben wir schon Glas. So, bam. Und dann denkt man so, bam. Ne? Das denkt man dann. Ähm. 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 Da. Und du gehst da rein. Jetzt hab ich 24 Keystone. Ne? Und die kommen dann dahin. So, das war's. Dafür hab ich die gemacht. Nein. Das muss dann wieder clean hier. Das muss alles clean werden. So. Das war eigentlich auch. Hm. Das wird gar nicht so leicht. Erstmal kommt das dann dahin. Das muss alles schön clean werden. So. Mach ich das doch einfach so, dass das eine Ausblickschlucht ist. Gut zu Glas, wenn man auch Zaun hat. Hm. Das muss auf jeden Fall auch noch so clean stornen, damit ich so eine Art Decke habe. Decke, 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 Decke. So. Ähm. Habe ich jetzt schon mehr clean stornen? Nein. Ah. Shit. Ich baue mal daneben an schon mal Pflastersteine. Ähm. So. Neun Stück hab ich. Ah. Die müsste ich da überbauen quasi. Eins, zwei, drei. Und dass das dann so ist hier wie da. Ungefähr das es so eine Art Dach ist ab hier und das wo dann. Das sollte eigentlich dann okay so ein. Könnt ihr auch an den Ecken so hoch bauen noch so. Ungefähr so und so. So. Und das soll an jeder Ecke sozusagen oder hier nochmal.